So, Hallihallo ihr Lieben, wir melden uns heute mal aus der Mini-Welt hier in Lichtenstein. Das ist die Claudia Schmitz. Hallihallo, ich grüße euch. Claudia, für die wenigen Sachsen, die noch nie in ihrem Leben in Lichtenstein waren, hier in der Mini-Welt, erzähl mal, was passiert bei euch alles? Also bei uns kann man im Prinzip an einem Tag einmal um die Welt reisen und sich wirklich fühlen wie Gulliwar auf Weltreise. Man sieht, dass die Monumente relativ groß sind, wie zum Beispiel hinter uns die Freiheitsstatue. Und natürlich haben wir viele Kontinente bei uns vertreten, viele bedeutende Monumente. Der Eifeltum in Paris steht zum Beispiel bei uns. Und es ist wirklich etwas in die Aktivität. Es ist ein bisschen mehr vergangen. Wahnsinn. Und ihr seht, um jetzt nochmal auf den New York-Marathon zu sprechen zu kommen, das ist das Ziel, die Freiheitsstatue. Da geht's. Ihr habt euch ja was einfallen lassen, fang ich. Ja, wir haben uns gedacht, wenn der André nun schon in New York den Marathon rennt und es ist ja noch ein bisschen Zeit, hat er schon mal die Möglichkeit, ein bisschen New York-Flair zu schnuppern. Und natürlich ist das möglich bei uns in der Mini-Welt in Lichtenstein, denn da steht die Freiheitsstatue im Maßstab 1 zu 25. Und damit du schon weißt, wie weit das manchmal ist, haben wir uns gedacht, wir lassen den André Maren von Paris nach New York. Das wäre doch mal was. Das sind ja locker so an die 6.000, 7.000 Kilometer. Ja, wäre ein gutes Training. Ja, gutes Training. Okay, wie das läuft, wie das läuft, das schauen wir uns jetzt gleich mal an. Das ist ja locker, das ist ja locker, das ist ja locker. Das ist ja locker, das ist ja locker, das ist ja locker, das ist ja locker. Das ist ja locker, das ist ja locker, das ist ja locker. Das ist ja locker, das ist ja locker, das ist ja locker. Das ist ja locker, das ist ja locker, das ist ja locker. Das ist ja locker, das ist ja locker. Das ist ja locker, das ist ja locker. Das ist ja locker, das ist ja locker, das ist ja locker. Das ist ja locker, das ist ja locker. Vielen Dank.